heute ist wieder großer packtag und wir verpacken damit unsere mitarbeiter sich leichter tun die artikel gleich im fertige döschen das sieht dann so aus die fertige verpackungseinheit hier jetzt in diesem fall zum beispiel mit 18 bis 20 gramm gepackt fertig etikettiert und zugeklebt damit die mitarbeiter nur noch ins fach greifen brauchen verpacken wir das fertig in die einheiten die großen döschen sind meistens mit 38 bis 40 gramm gepackt und die kleinen döschen mit 18 bis 20 gramm so in diesem fall biegen wir das natürlich genau ab damit jeder kunde auch die richtige menge erhält ein klein wenig raus der deckel drauf und nur noch zukleben